Sie tragen Namen wie Angry Pirate, Miniature Hero, Predator's Face oder Rolling Thunder. Das klingt schon fast nach Computerspielen und irgendwie ist es auch ein bisschen so. Die Frage ist allerdings, wer spielt hier mit wem und ob das wirklich so unterhaltsam ist? Das sind nämlich Namen von Programmen, die der britische Geheimdienst Government Communications Headquarters GCHQ entwickelt hat und mit denen der Geheimdienstskandal möglicherweise neue Dimensionen erreicht. Man kann damit nicht nur massenhaft abhören, sondern auch massenhaft beeinflussen. Denn mit diesen Tools lassen sich unter anderem Ergebnisse von Online-Abstimmungen manipulieren. Das geht aus kürzlich veröffentlichten Unterlagen auf der Nachrichten-Website The Intercept hervor. Die Unterlagen stammen von dem Whistleblower Edward Snowden. Über die Programme des GCHQ und deren Folgen für die Demokratie sprechen wir gleich. Vorher hören wir aber Anne Berger über Verhaltensmanipulationen durch Online-Tools und natürlich auch, inwieweit der britische Geheimdienst dieses kognitive Hacking vorantreibt. Lena C. ist entsetzt. Stündlich trudeln Schreckensmeldungen via E-Mail und Facebook bei ihr ein. In Ägypten werden Vögel ermordet. In der Eifel ist die Ausbeutung von 300.000 Hühnern geplant. Lena rettet sie alle. Aus dem gemütlichen Sessel und einfach per Mausklick. Online-Petitionen haben Konjunktur. Auf Plattformen wie Change.org kann jeder problemlos eine Petition für oder gegen alles anleiern. Wie erfolgreich diese werden, hängt offenbar nicht nur von den aktiven Nutzern ab, weshalb der basisdemokratische Grundgedanke von Online-Petitionen zunehmend infrage gestellt zu sein scheint. Was wäre zum Beispiel, wenn Lena C. und ihre Gleichgesinnten von einem Computeralgorithmus generiert worden wären? Programme dieser Art wurden in dieser Woche in den gelegten Dokumenten von Whistleblower Edward Snowden gefunden und auf der Website The Intercept veröffentlicht. Der britische Geheimdienst GCHQ soll demnach nicht nur Daten aus sozialen Netzwerken speichern, sondern diese auch nutzen, um Inhalte auf Websites zu beeinflussen. Die Tools machen Überwachung und Kontrolle in ganz neuen Dimensionen möglich. Eine Underpass genannte Software etwa kann Online-Abstimmungen manipulieren. Mit Changeling können beliebige Mailadressen gefälscht und Mails unter falschem Absender versandt werden. Miniature Hero steht für Echtzeit-Skype-Überwachung. Steuert der britische Geheimdienst die öffentliche Meinung und den politischen Diskurs? Hackt er sozusagen die Demokratie? Der Publizist und Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehenbohm sieht in den Entwicklungen eine Bedrohung für die Demokratie. Die neuen Verfahren des britischen Nachrichtendienstes ermöglichen es ganz anonym über ein soziales Netzwerk Menschen zu diskreditieren, soziale Netzwerke zu sprengen, Online-Aktivisten zu lähmen und das hat eine völlig neue Qualität von Eingriffen in die Demokratie. Schon seit den Anfängen des Web 2.0 wird sogenanntes Cognitive Hacking betrieben. Darunter fallen Angriffe auf Informationssysteme, die Nutzer manipulieren und zu bestimmten Handlungsweisen bewegen sollen. Das geht schon klein los. Ab 6 Cent verkauft fbmart.de Facebook-Freunde. Für 40 Euro kann jeder 500 Facebook-Likes erwerben. Kampagnen können so spielerisch an Fahrt gewinnen. Das staatliche Entwicklungshilfeprogramm USAID etwa förderte die Einführung von SunSuneo, einem Twitter-ähnlichen Netzwerk in Kuba, in dem es unter anderem die ersten 500.000 User gekauft hat. Die Software des GCHQ kann weitaus mehr. In einem nächsten Schritt plant der Geheimdienst, Teile der Algorithmen öffentlich zu machen. Offiziell soll dies Start-ups fördern und die Überwachungstechnologie voranbringen. Im Sinne des Gemeinwohls und der Sicherheit sägen dann alle gemeinsam am Ast der Demokratie. Und was das für den Ast der Demokratie bedeutet, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich mit Professor Carsten Weber. Jetzt gucken wir uns erstmal die Säge ein bisschen genauer an und zwar mit dem Technikjournalisten Peter Welchering. Mit ihm sprechen wir jetzt darüber, wie die digitalen Werkzeuge des britischen Geheimdienstes GCHQ funktionieren. Guten Tag, Herr Welchering. Ja, hallo nach Berlin. Mit dem Tool Underpass, wir haben es eben schon gehört, wird das Ergebnis von Online-Abstimmungen manipuliert. Wie genau funktioniert das? Ja, man kann dabei jede Art von Online-Abstimmungen, auch von Online-Wahlen im sogenannten E-Voting manipulieren. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Techniken. Die nicht ganz so elegante Technik sieht einfach vor, dass sich der Nachrichtendienst in den E-Voting-Server reinhackt und dann einfach die Abstimmungsdaten manipuliert. Das wird vor allen Dingen bei Online-Petitionen gern gemacht. Dann kann man eine Online-Petition mal von 10.000 Unterstützern auf 3.000 runtersetzen oder wenn man sie denn haben will, auch entsprechend erhöhen. Die zweite Methode, die hier angewendet wird, die ist ein wenig aufwendiger. Da geht es dann um abgesicherte Wahlen, wie beispielsweise in Estland, wo ja auch schon die Regierung per E-Voting gewählt wird. Und da muss der Wähler mit einem Identitätsnachweis, wie etwa mit einer Chipkarte, tatsächlich sich an einen PC setzen und kann dann wählen. Und da hacken sich dann Geheimdienste ein, indem sie eine Webseite für das Online-Voting nachbauen, also die Original-Webseite, die tatsächlich dann das Wahlamt bereitstellt. Dafür haben sie ein Tool, das nennt sich Havoc. Und der Server mit dieser Webseite, mit der gefakten Webseite, der wird dann einfach zwischen Wahlserver und PC des Wählers gehängt. Und der Wähler weist sich dann per Chipkarte aus, der wählt, also macht sein Kreuzchen online. Und der Fake-Server, der ändert dann einfach die Wahl ab, falls nicht gewünscht wird, was der Wähler da gewählt hat. Und gibt dann eben die gewünschte Wahl, das gewünschte Ergebnis mit dem Identitätsnachweis an den richtigen Wahlserver weiter. Also das heißt, es geht jetzt nicht nur so um Petitionen, wie wir es gerade eben im Beitrag gehört haben, sondern wirklich zentral um Wahlen, wie sie auch für eine Demokratie entscheidend sein könnten. Es gibt noch ein anderes Tool, Changeling heißt das. Das versendet E-Mails unter falscher Identität. Wie funktioniert das genau? Was ist da das Ziel? Ja, da haben wir es eigentlich mit zwei Methoden zu tun. Zum einen mit dem rein technischen Fälschen. Da muss ich beispielsweise die IP-Adresse, die Internetprotokolladresse zur Mail-Adresse auch fälschen. Die muss ja stimmen. Aber die Fälschung, die muss auch einer Internetprotokollrückverfolgung standhalten. Das heißt, ich muss, wenn ich etwa unter dem Namen Peter-Welchering mit der Mail-Adresse Peter-Welchering.de eine Mail fälsche und die Absende etwa an Sie, dann auch darauf achten, dass eine IP-Rückverfolgung auch ergibt, ja, die hat Peter-Welchering unter Peter-Welchering.de abgeschickt. Das heißt also, ich muss etwa die Internetprotokolladresse des Mail-Out-Servers fälschen. Ich muss IP-Adressen von Knotenrechnern fälschen. Der gesamte Beförderungsweg muss stimmig sein, sodass das eben echt wirkt. Und zum Zweiten muss das auch so geschrieben sein, wie in diesem Fall dann eben Peter-Welchering schreibt. Das heißt, die Mail muss ich wie eine Mail des vermeintlichen Absenders lesen. Mit seinem Wortschatz, mit seinen Sprachbildern, mit seinem Satzbau, seinen Redewendungen, aber etwa auch mit seinen Schreib- und Kommafehlern. Da gibt es übrigens auch schon ganz brauchbare Analyse-Software und ich habe die auch mal ausprobiert und die hat mir beispielsweise in meinem Fall gesagt, immer wenn ich unter großem Stress bin, dann schreibe ich Frau nicht nur mit einem großen F, sondern auch mit einem großen R. Das müsste dann etwa bei einer Mail unter Stress entsprechend berücksichtigt werden und nachgemacht werden, gefaked werden. Also ein sehr komplizierter Vorgang. Ist das vielleicht bei dem Tool Clean Sweep etwas einfacher? Da geht es ja um Meldungen in sozialen Medien, die manipuliert werden, wo auch also die Texte einfach etwas kürzer sind. Ja, wobei da kommen eigentlich ganz ähnliche Techniken auch zum Einsatz. Denn in meiner Timeline oder Chronik, da werden dann eben gefälschte Posts von meinen Freunden angezeigt und nur ich kann die sehen. Da sollen ja auch die vermeintlichen Absender diese Posts nicht sehen. Die erscheinen also nur sozusagen in meiner Timeline. Und das dient einfach der Meinungsbildung. Das ist also Manipulation. Denn man weiß, Nachrichten und Meinungen von Freunden beeinflussen mich sehr viel stärker als alles andere. Und ich bin dann geneigt, solch eine Weltsicht eben auch eher zu übernehmen. Und zweitens können mit Clean Sweep dann auch bestimmte Posts etwa für eine ganze Liste von Facebook-Nutzern oder sogar für ein ganzes Land einfach gesperrt unsichtbar gemacht werden. Also das dient eben auch sozusagen der traditionellen Aufgabe von Nachrichtendiensten, nämlich Überwachen, Verunsichern und Zersetzen. Gibt es denn wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, unter welchen Umständen uns solche Posts tatsächlich beeinflussen? Ja, da gab es schon einige Untersuchungen. Zuletzt sind die auch bekannt geworden im Umfeld von Facebook, weil die ja auch gefilterte Nachrichten in einem Experiment hatten. Und bisher können wir tatsächlich als erwiesen betrachten, wenn bestimmte positive oder negative Nachrichten an Facebook-Nutzer kommen, dann ändert sich auch tatsächlich deren Stimmung. Es gibt noch keine wirklich gesicherten Erkenntnisse darüber, wie viele Nachrichten, wie viele Meinungsäußerungen man denn braucht, um beispielsweise einen Facebook-Nutzer zum Kauf eines bestimmten Produktes oder beispielsweise zur Wahl einer bestimmten Partei zu bewegen. Aber da gibt es durchaus schon ein paar Projekte, die im Augenblick in der Planung sind. Peter Welchering ist Technik- und Wissenschaftsjournalist. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir reden hier gleich ausführlicher noch über Gründe und Auswirkungen solcher Manipulationstools für die Demokratie. Vorher hören wir aber noch Musik von Cohen Janssen. Er ist DJ und produzierte auch selber elektronische Musik bis zu einem denkwürdigen Tag, an dem es zu einer Zusammenarbeit mit einem klassischen Komponisten kam. Und die führte nämlich dazu, dass Cohen eine neue Liebe zu klassischer Orchestrierung und Soundtrack-artiger Bombast-Arrangement-Angelegenheit entwickelte und auch umsetzte. Und auch seine Tracks wie zum Beispiel Taten, die könnten ohne weiteres aus einem Hollywood-Blockbuster stammen. In Breitband beim Deutschland Radio Kultur geht es heute um Manipulationsprogramme des britischen Geheimdienstes GCHQ, deren Existenz jetzt ein Dokument Edward Snowdens enthüllt hat. Und wir haben gerade schon mit dem Kollegen Peter Welchering gesprochen über die Funktionsweisen solcher Programme. Was bedeutet aber diese Art Manipulation für freie Meinungsbildung und damit auch für Demokratie? Darüber haben wir bereits vor der Sendung mit Carsten Weber gesprochen. Er ist Professor für General Science of Technology an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Wir wollten zuerst von ihm wissen, welche Möglichkeiten es gibt, Netzwerke zu manipulieren und welche Methoden dabei angewendet werden. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge. Diejenigen, die man auch aus den klassischen Massenmedien kennt, also Radio, Fernsehen, Zeitung, wäre einfach, dass bestimmte Themen sehr prominent in Sendungen erscheinen, auf der ersten Seite oft angesprochen werden. In sozialen Medien kann man das genauso erstmal machen, beziehungsweise im Internet kann man es genauso machen. Also gerade in Diskussionsforen, in Blogs gibt es das Phänomen, dass dort Maschinen, also letztendlich Computer, Blog-Einträge schreiben mit einer bestimmten Tendenz, inhaltlicher Tendenz, um dann eben die Meinung der Leserinnen und Leser zu beeinflussen. Aber das hat man auch schon mal erlebt, wenn man so in Foren rumliest und in sozialen Netzwerken glaubt zumindest, dass man da schon mal so einen Eintrag von einer Maschine gelesen hat. Und ich habe immer so den Eindruck, naja, eigentlich kann man das ganz gut erkennen. Was ist jetzt nochmal die neue Qualität, wenn die Geheimdienste das mit diesen Tools machen? Was ist der Unterschied? Die Frage ist, ob wir das wirklich noch erkennen können. Wenn Sie aufmerksam, die in den letzten Tagen in bestimmten Internetseiten gelesen haben, dann werden Sie vielleicht auf einen Artikel gestoßen sein, dass ein Programm etwa 2,7 Millionen Wikipedia-Einträge geschrieben hat. Das ist schon eine andere Dimension. Ja, richtig. Da kann man schon eine ganze Menge machen. Und ich bezweifle inzwischen, dass wir so ohne weiteres das noch erkennen könnten, ob da sich eine Maschine äußert oder ein Mensch. Und insofern wäre die Möglichkeit, massenhaft Blog-Einträge zu produzieren, Like-Button zu klicken, Tweets zu produzieren, die wäre dann schon so massiv, dass das fast schon eine neue Qualität darstellt. Denn so massiv in dieser auch quasi persönlichen Kommunikation konnte man das denn in den Massenmedien bisher nicht gestalten. Man muss dazu auch wissen, dass sehr, sehr viele Menschen, im Übrigen nicht nur noch junge Menschen, wie ja häufig das Klischee ist, sich ausschließlich aus dem Internet beziehungsweise aus sozialen Medien informieren, auch was politisches Geschehen angeht. Das heißt, sie werden dort eben dann sehr viel leichter erreichbar für solche persönlichen Ansprachen und sind dadurch natürlich auch leichter manipulierbar oder in ihrer Meinung beeinflussbar. Jetzt hat ja wahrscheinlich der britische Geheimdienst keine kleine Menge Geld in die Programmierung dieser ganzen Tools hineingesteckt. Vermutlich, ja. Was sind mögliche Ziele, die er damit erreichen will, dass er so viel Geld dafür in die Hand nimmt? Nun, Meinungsmanipulation haben wir ja schon angesprochen. Sicherlich ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt Informationsgewinnung, um einfach nicht mehr von bestimmten Dingen, vor allem eben also Terroranschlägen beispielsweise, überrascht zu werden. Das Problematische aus Sicht der Öffentlichkeit ist sicherlich, dass wir überhaupt nicht ermessen können, inwieweit solche Maßnahmen erfolgreich oder nicht erfolgreich sind. Wir also nicht abschätzen können, ob hier wirklich etwas verhindert wird, von dem wir wollen, dass es verhindert wird, oder ob hier sich Dinge verselbstständigt haben, staatliche Institutionen verselbstständigt haben und eigentlich ja auch nicht mehr unbedingt kontrolliert werden können. Ist es nicht auch eine Art Waffe, wenn man eine Online-Öffentlichkeit manipulieren kann? Und vielleicht ist es nur die Online-Abstimmung zum Beispiel, die manipuliert wird, nicht die Wahl selber, aber es kann ja die Wahlentscheidung zum Beispiel auch beeinflussen, weil ich eben glaube, die Mehrheit der Bevölkerung interessiert sich für ABC XY oder eine bestimmte Meinung. Ist das dann nicht vielleicht doch ein bisschen klein machen, wenn man sagt, es ist ja eigentlich auch nur eine Online-Öffentlichkeit, die hier irgendwie manipuliert wird? Propaganda oder beziehungsweise Beeinflussung der öffentlichen Meinung, wenn man das als Propaganda bezeichnen möchte, das gibt es, seit es Massenmedien gibt. Das kann man schon im 19. Jahrhundert beispielsweise beobachten, ganz massiv. Insofern ist die Manipulation der Meinung einer Bevölkerung durchaus, hat den Charakter einer Waffe, könnte man schon so sagen. Sie bringen eine bestimmte Sichtweise auf Sachverhalter oder auf Aussagen in den Vordergrund und können andere Sichtweisen eben eher schwächen. Und damit können sie natürlich auch langfristig, zumindest kurzfristig glaube ich eher nicht, aber langfristig politische Entscheidungsprozesse schon massiv beeinflussen. Wenn jetzt der britische Geheimdienst so ein umfangreiches Paket an Tools sich hat schreiben lassen, müssen wir dann nicht eigentlich davon ausgehen, dass Ähnliches auch beim BND passiert? Mit Sicherheit. Vermutlich nicht in dem Umfang, weil das Budget des BND wahrscheinlich kleiner ist. Wir sprachen mit Carsten Weber, Professor für General Science of Technology an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus-Senftenberg. Es ging um die potenziellen Auswirkungen von Cognitive Hacking beziehungsweise die Auswirkungen von Manipulationstools auf die Demokratie. Vielen Dank. Das geht auch so.